Hallo, dieses Mal möchte ich euch eine kleine Möglichkeit zeigen, wie ihr übers Internet an neue Kunden kommt. Und zwar könnt ihr Werbung schalten über Adfly. Adfly ist ein verbreiteter Werbedienst, der vor allem bei Datei-Downloads und so weiter greift und eingeblendet wird. Das heißt, die Werbenden verdienen ihr Geld dadurch, dass sie Inhalte verbreiten. Sie können mit Adfly im Prinzip an dieser Stelle anknüpfen und dort ihre Werbung einblenden. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Adfly.id gleich 3757920. Und damit sind wir im Prinzip auf der Adfly Webseite. Und hier klickt man auf Registrieren. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir bei dem Kontotyp nicht angeben Link kürzer, sondern Werber. Das heißt, damit weisen wir uns als jemand aus, der am Ende Werbung ausstrahlen will und nicht damit verdienen will, sondern selbst Werbung ausstrahlt. So, dann müssen wir das hier noch richtig ausfüllen. Und dann kommen wir im Prinzip in das Interface rein, wo man verschiedene Werbekampagnen starten kann. Das fängt schon bei 5 Dollar an, das heißt, absolut kein Risiko. Und man schafft wirklich sehr viele Aufrufe mit nur wenig Geld. Das heißt, am Ende für ein paar Dollar können tausende Leute den Banner sehen und klicken vielleicht sogar drauf. Ja, das war's soweit. Probiert's einfach aus. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn man draufklickt, kann ich den Link leider nicht einblenden, aber in der Videobeschreibung. Ja. Probiert es einfach aus. 5 Dollar sind nicht viel, das kann jeder mal investieren. Tschüss. 5 Dollar sind nicht viel, das kann jeder mal investieren.